Ein Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Der wendige schwarze Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für zwei Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 9000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2013. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Panoramadach, elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, ABS, ESP und vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt einer Leistung von 71 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 4,3 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017